Wetteln bringt wohl nichts, oder? Nein. Ihr hättet uns töten können, als ihr reinkam. Dafür gibt's doch einen Grund. Wir wollten die Kugel nicht verleuten. Am Anfang haben wir Menschen geholfen, sie gerettet. Aber alles hat sich geändert. Diese Typen sind gekommen. Und seitdem... Ich weiß, dass du auch draußen warst, gar keine Frage. Aber du hast keine Ahnung, wie das ist, wenn man Hunger hat. Du musst das nicht tun. Wir können einfach gehen. Und wir laufen uns niemals wieder über den Weg. Ich verspreche's dir. Aber hier lauft anderen über den Weg. Ihr würdet das mit jedem machen. Richtig? Wie? Außerdem... ...hab ich dir bereits was versprochen. Nein!